Mitten im lebenswerten Rheinland, zwischen Bonn und Siebengebirge, befindet sich die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit ihren drei Standorten in St. Augustin, Rheinbach und Hennef. Wir sind die Hochschule der kurzen Wege. Anonymität ist bei uns ein Fremdwort. Hier wird in kleinen Gruppen und in einer persönlichen Atmosphäre gelehrt und gelernt. Die fast 30 Studiengänge sind praxisorientiert und interdisziplinär ausgerichtet. Über 8000 Studierende finden ideale Voraussetzungen zum Lernen und Forschen in einer dynamischen, modernen Hochschule. Fremdsprachen, Auslandssemester, internationale Vernetzung. An der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg werden hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte ausgebildet. Als forschungsstarke Hochschule befassen wir uns in einem optimalen Forschungsumfeld mit aktuellen Themen und großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Dabei sind wir regional verankert und gleichzeitig international aufgestellt. Wir sind als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Uns ist wichtig, dass Familie, Beruf und Studium vereinbar sind. Werden Sie Teil der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit Ihren vielfältigen Möglichkeiten.